In diesem Video bringen wir euch die Funktionen des Dampfbackofens EXPO näher und zwar die Funktionen, die euren Alltag in der Küche erleichtern und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut alles gut und das kommt von Küche gut und in der einen oder anderen guten Küche darf natürlich ein Dampfbackofen auch diese Küche sein zu Hause nennen und wir beschäftigen uns heute hier mit dem Bora EXPO, einen Dampfbackofen, einen innovativen Dampfbackofen. Den EXPO selber könnt ihr einzeln einbauen, ihr könnt ihn aber auch kombinieren mit der Multischublade, einmal mit 14 cm Höhe und einmal mit 29 cm Höhe in der Schublade. Wir haben jetzt hier die Variante schwarzes Glas, ihr könnt aber auch die Multischublade ohne Glas bekommen und dafür bekommt die Schublade dann die Möbelfront. Meiner Meinung nach die elegantere Variante, denn der EXPO selber hat ja den gefassten Rahmen und die Schublade selber nicht. Deswegen würde hier die Möbelfront meiner Meinung nach besser dazu passen. Was? Du hast unseren Kanal kostenfrei abonniert? Hier ein kleiner Gruß aus unserer Küche für dich. Weiter geht's! Wie der EXPO bei euch zu Hause ankommt, das haben wir euch schon mal in unserem Unboxing Video zum EXPO, präsentiert auch den kompletten Lieferumfang sowie die ein oder anderen Hinweise zur Einbausituation. Dieses Video verlinken wir euch über die Infokarte bzw. findet ihr den Link auch in der Videobeschreibung. In diesem Video soll es hauptsächlich um die Bedienung gehen und wir haben jetzt schon einen von diesen drei Geräten aktiviert und wir sehen, dass wir hier ein sehr großes farbiges Touch Display haben. Dieses kann halt auch bei Bedarf angekippt, angewinkelt werden, je nachdem wie ihr das gerne möchtet und wo natürlich auch der EXPO eingebaut wird. Wir haben hier das Hauptmenü mit den verschiedenen Symbolen auch noch mal textuell unterlegt und die Symbole können in ihrer Antworten, da sind wir schon beim ersten, können ihre Antworten an eure Bedürfnisse angepasst werden. Wir haben jetzt hier die Automatikprogramme, die sehr zu empfehlen sind. Wir haben die Favoriten, die man sich selber da noch mal abspeichern kann, weil der EXPO hat ja über 140 integrierte Rezepte und um diese dann schneller zu finden, die man am häufigsten macht, kann man diese als Favoriten ablegen. Man kann den EXPO natürlich manuell bedienen, es gibt Spezialfunktionen, da kommen wir dann später noch mal dazu. Es gibt die ganz klassische Bedienung, also kommen jetzt keine Knebel rausgefahren, sondern im Display werden die Knebel noch mal angedeutet. Dann das Thema Pflegereinigung und hinten noch mal die Einstellung bzw. erste Schritte, ein kleines Kurzhandbuch hinterlegt. Und diese Einstellung könnt ihr natürlich auf eure Bedingungen anpassen. Also wir gehen jetzt mal auf das Klassik-Symbol und das kann ich jetzt hier hin und her verschieben und die Reihenfolge mir persönlich festlegen. Also hier das ist wirklich ganz innovativ. Und dann gehen wir gleich mal in den Klassik-Modus rein. Da haben wir hier verschiedene Heizarten, verschiedene Funktionen und je nach Funktion wird dann entsprechend in dem Fall die Temperatur mit aktiviert. Die Feuchtigkeit ist jetzt hier bei dem Thema Heißluft uninteressant und hier kann ich dann meine Temperatur einstellen. Und dann geht es einfach über den Play-Button los. Wir gehen wieder zurück. Ja, wenn wir in die Automatikprogramme reingehen, habt ihr ja die verschiedenen Kategorien. Fisch, Gemüse, Kartoffel, Geflügel, Fleisch, vegetarische Gerichte, Beilagen, Backbohren, Süßspeisen etc. Wenn wir jetzt einfach nochmal zurückgehen. Auch hier könnt ihr das Ganze natürlich wieder für euch individualisieren. Das heißt, wir können das Ganze verschieben und so anpassen, wie wir das gerne hätten. Also wenn ihr jetzt auf der zweiten Ebene hier eine Kategorie gerne hättet in der ersten Ebene, könnt ihr das natürlich dann für euch verschieben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Geflügel wählt, dann wählt ihr, ich nehme jetzt mal die Enter und dann haben wir hier die Entenpost. Ente ganz, aber nicht. Halten wieder den Finger gedrückt. Haben wir einmal die Funktion, die ich schon gesagt hatte, die Favoritenfunktion. Das ist das Herzchen. Und dann haben wir hier eine Kopierfunktion. Die wählen wir jetzt einfach mal aus. Und hier ist jetzt hinterlegt, was in dem Programmablauf drin ist. Und den können wir jetzt natürlich hier an der Stelle anpassen. Wir können jetzt über das Plus gehen. Wir können hier noch eine Heizart mit beifügen. Wir ergänzen das Ganze nochmal um eine Grillfunktion. Wir legen die Zeit fest, dass es nochmal vier Minuten gegrillt werden soll, das Ganze für eine schöne Kruste zum Beispiel. Temperatur für das Grill natürlich hochnehmen. Kann man alles individuell einstellen, bestätigen. Und Entenpost Kopie klingt da jetzt ja nicht so berauschend. Dann nehmen wir das Kopie weg. Also können wir das Ganze auch nochmal ändern. Also nennen wir das Entenpost mal ganz lecker, würde ich sagen. Bestätigen und als Kopie speichern. So und jetzt ist das Ganze hier hinterlegt. Entenbrust ganz lecker. Und wir haben hier unser individualisiertes Programm. Dann gehen wir raus. Klassik-Modus hatten wir ja schon erwähnt. Die Favoriten sind hinterlegt. Ihr könnt natürlich den X-Boo auch manuell steuern mit Feuchtigkeit und Temperatur. Dann Thema Spezial. Hochinteressant, was hier sich alles hinter verbirgt. Klar, von den Mitbewerbern, von den Dampfbacköfen, die es auf dem Markt gibt, kennt man ja diverse Funktionen schon. Warmhalten, Auftauen, das ist jetzt nichts Innovatives. Das gab es schon. Speisenaufwärmen, Geschirrvorwärmen, Sous Videgarn. Wir haben ja ein Dampfgerät. Wir können hier mit Sous Videgarn. An der Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass ihr auch von Bora einen Einbau-Vakuumierer bekommen könnt für die Arbeitsplatte, für euren Arbeitsbereich. Den hatten wir euch schon mal kurz vorgestellt im Messevideo. Und wenn wir dann hier nochmal weitergehen, kommen dann diverse Dinge, die ich noch aus meiner Kindheit kenne. Pilze trocknen. Das haben wir früher mit Heizlüftern gemacht. Hat einen extrem hohen Stromverbrauch. Zuhause für unseren Junior Obstdürren hochinteressant. Schokolade schmelzen. Also für mich hochinteressant das Thema Honig auffrüschen. Ich bin ein Honigliebhaber. Und wer sich schon mal mit einem Imker unterhalten hat, weiß, dass Honig auffrüschen eine eigene Kunst ist. Was alles zu beachten ist, wie gesagt, das macht das Gerät automatisch. Brauchen wir uns um nichts kümmern. Und dann noch das Thema, wer jetzt auf seine Schublade verzichtet hat, hat noch die Option Teig gehen lassen. Und einwecken das hier nochmal mit als Ergänzung. Die Pflege, die Reinigung des XBO, auch ein sehr innovatives System. Denn der XBO wäscht sich selber. Hat einen Reinigungsvorgang. Hat einen Festwasseranschluss und natürlich auch einen Abwasseranschluss. Das Gerät reinigt sich selber. Sieht ein bisschen aus wie eine Spülmaschine. Gibt eine Reinigungskartusche, die wird auf das Rost aufgesetzt. Und dann macht das Gerät sich sauber. Wir haben einen Edelstahl-Innenraum. Und der wird dann wieder wie neu. Nachdem das Gerät gereinigt ist. Die Reinigung selber dauert ca. 4 Stunden. Ja, und dann haben wir hier einen kleinen Computer. Und auch der hat noch so ein paar versteckte Funktionen. Wenn wir jetzt einfach am Display das mal runterziehen, haben wir hier noch klassisch eine Eierohrenwecker. Was natürlich sehr praktisch ist. Wir haben eine Bediensperre. Wir haben eine Reinigungssperre. Wir haben eine Sura. Und ein kleines Gimmick. Wir können für unsere Lieben zu Hause noch entsprechende vorgefertigte Nachrichten hinterlassen. Wenn wir dann wieder hier kurz mal aus dem Haus sind. Ich bin mit dem Hund draußen mit dem Fahrrad fahren. Also das nochmal ein kleines Gimmick an der Stelle. Kleiner Szenenwechsel. Die Schublade kann natürlich separat bedient werden. Über das Touch-Display hier in der Schublade integriert. Aber ihr könnt natürlich die Schublade auch über den X-Boo selber steuern. Denn die beiden Geräte können miteinander verbunden werden. Und ihr habt hier nochmal die Möglichkeit über die identische Bedienung die Schublade ganz komfortabel vom X-Boo aus zu steuern. Und ja eingangs hatte ich gesagt, der X-Boo nimmt euch eine ganze Menge im Alltag ab. Wie macht ihr das? Der X-Boo kann, hatte ich ja gesagt, bis zu 140 oder über 140 Rezepte sind hinterlegt. Wir haben jetzt auch schon gehört, dass in Zukunft dort nochmal entsprechend mehr auf uns drauf zukommt. Im positiven Sinne. Und der X-Boo kocht, haben wir ja auch über unsere Videos ja auch schon dokumentiert, kocht in einer Präzision selbstständig die Gerichte. Das ist ja schon fast erschreckend, muss man sagen. Auch unser Koch, der Karsten, der immer mit dabei ist, zieht als gelernter Koch selber den Hut vor dem Ergebnis. Was dann immer aus dem X-Boo raus kam und das ist natürlich ein Mehrwert für euch. Denn der X-Boo kocht und ihr habt Zeit für die Familie und für eure Gäste oder euren Haushalt. Ja, weitere innovative Produkte aus dem Hause von Bohater empfehle ich euch unsere Playlist. Wenn euch Technik-Videos interessieren, dürft ihr gern unseren Kanal abonnieren. Ihr Inspirationen sucht für eure Küchenplanung. Dann, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Video oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut und alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.